Ihr wollt eure Nachbarschaft in Animal Crossing New Horizons aufbessern, seid aber nicht zufrieden mit euren Bewohnern? Ihr fragt euch, welche Bewohner es gibt und was sie besonders macht? Dann seid ihr hier richtig, denn in diesem Guide beantworten wir all diese Fragen und noch viel mehr. Viel Spaß! Ihr startet in euer Insellleben mit zwei zufälligen Bewohnern. Dabei wird allerdings nicht aus allen Bewohnern gelost, sondern nur aus den Persönlichkeiten Sportlich und Große Schwester. Auf diese und weitere Persönlichkeiten gehen wir gleich näher ein. Mit euren Nachbarn könnt ihr nun reden, so oft ihr wollt. Sprecht ihr sie an, während sie etwas basteln. Geben sie euch eine Anleitung. Außerdem könnt ihr Streite unter ihnen schlichten, in verlorene Sachen wiederbringen und mehr. Redet ihr regelmäßig mit einem Bewohner, so werdet ihr gute Freunde. Diese Freunde werden euch dann Briefe und Geschenke schicken. Außerdem bringen euch alle Inselbewohner von Zeit zu Zeit neue Emotionen bei. Besucht ihr Meileninseln, so könnt ihr hier zunächst drei zusätzliche Bewohner anwerben. Auf jeder Insel könnt ihr einen einladen. Sprecht ihn dazu zweimal an. Gefällt euch einer der Bewohner auf der Insel nicht, könnt ihr eine neue bereisen und den Bewohner zurücklassen, solange ihr ihn nicht eingeladen habt. Auf Meileninseln könnt ihr übrigens alle Bewohner im Spiel finden. Doch welche Bewohner gibt es und welches sind die beliebtesten? Aktuell gibt es 402 Bewohner und 35 verschiedene Tierarten im Spiel. Acht dieser Bewohner sind neu seit New Horizons. Die anderen stammen aus anderen Spielen wie New Leaf. Die neuen Bewohner sind sind Sid, Katharina, Andrea, Dominik, Misuzu, Gunnar, Morpheus, Dagmar. Neben diesen neuen Bewohnern gibt es auch alte Bewohner, die sehr beliebt bei der Community sind. Diese sind unter anderem Mona, Barry, Sandrine, Jens, Cleo, Feline, Sophie, Tania, Monika, Victor, Fatma, Diana, Martin, Emily, Eleonore, Jimmy, Ottoka, Marianne, Maria, Huschke und Lupa. Jeder Bewohner hat dabei eine von acht Persönlichkeiten. Es gibt vier Persönlichkeiten für weibliche Bewohner und vier für männliche Bewohner, welche wir im Folgenden vorstellen. Wir fangen mit den weiblichen Persönlichkeiten an. Zunächst gibt es die ausgeglichenen Bewohnerinnen. Diese sind wohl die normalsten Nachbarinnen im Spiel. Sie haben einen Mangel an Selbstwertgefühl und respektieren die anderen Inselbewohner dafür umso mehr. Aus diesem Grund verstehen sie sich auch mit allen Nachbarn. Als nächstes gibt es die Persönlichkeit Schwungvoll. Diese Bewohnerinnen sind sehr energiegeladen und denken der Star eurer Stadt zu sein. Sie entschuldigen sich für allerlei Dinge, obwohl sie nichts falsch machen, kommen aber mit Nachbarn meist gut klar. Weiter gibt es die hochnäsigen Nachbarinnen. Diese erscheinen oft unhöflich, sind oft sarkastisch und reden viel über Mode. Sie sprechen außerdem sehr gehoben. Redest du mit ihnen öfter, öffnen sie sich zwar, aber haben weiterhin oft Probleme mit anderen Bewohnern. Die letzte weibliche Persönlichkeit ist große Schwester. Aus dieser Kategorie kann wie anfangs erwähnt eine eurer ersten Bewohner sein. Sie sind sehr fürsorglich und sorgen sich sehr um euch. Sie sind auch etwas verrückt, aber es ist leicht mit ihnen Freundschaften zu knüpfen. Kommen wir nun zu den männlichen Persönlichkeiten. Da wären die Schlafmützen. Diese sind sehr entspannt und ruhig, denken sich gerne Theorien zu allen möglichen Dingen aus und reden viel über Essen. Sie sind aber sehr freundlich und schließen schnell Freundschaften mit euch. Sie kommen mit den sportlichen Bewohnern allerdings nicht so gut klar, zu denen wir nun kommen. Die sportlichen Nachbarn sind regelrecht süchtig nach Sport. Sie haben nur ihren Fortschritt und ihr Training im Kopf und sind sehr ehrgeizig. Außerdem werden sie immer wieder versuchen, euch vom Sport zu überzeugen. Am allerliebsten nennen sie dich dabei Sportfreund. Mit den Nachbarn der Persönlichkeit Miesepeter sind wir fast am Ende der Liste angekommen. Diese Bewohner wirken oft altmodisch und lästern über ihre energiegeladenen Nachbarn. Freundet ihr euch mit ihnen an, können Gespräche mit ihnen aber durchaus unterhaltsam werden und sie werden netter. Zu guter Letzt gibt es die selbstzufriedenen Tiere. Diese sind sehr höflich und freundlich und kommen mit allen Nachbarn gut klar. Manchmal sind sie allerdings etwas überfreundlich und flirten. Besonders mit weiblichen Spielern. Habt ihr nun die ersten drei Bewohner zu euch eingeladen, dann müsst ihr für Tom Nook drei Häuser für eben ihre Nachbarn bauen. So bekommt ihr zunächst fünf Bewohner auf eurer Insel. Die Anzahl könnt ihr allerdings verdoppeln. Dazu müsst ihr zunächst das Rathaus bauen. Schaut euch auch dazu gerne unser Video an. Sprecht hier mit Tom Nook über die Infrastruktur, danach könnt ihr bis zu fünf neue Grundstücke reservieren. Falls ihr euch mit den Positionen unsicher sein solltet, keine Sorge, ihr könnt sie später alle noch verschieben. Das Reservieren kostet euch zwar 10.000 Sternis, zieht aber dann an einen Bewohner ein, erhaltet ihr eine Vergütung von 1000 Nook Meilen. Die Grundstücke von Spielern zählen übrigens nicht mit zum 10 Bewohner Limit. Fragt ihr Tom Nook nun außerdem zweimal, was ihr tun sollt, so könnt ihr den Campingplatz bauen. Nun habt ihr fünf freie Grundstücke und einen Campingplatz, aber was bringt euch das? Ganz einfach, der Campingplatz ist zusätzlich zu den anfangs erwähnten Meileninseln, auf denen ihr dank leerer Grundstücke nun übrigens neue Bewohner findet, ein weiterer Weg um neue Nachbarn einzuladen. Regelmäßig besuchen zufällige Bewohner hierfür eine kurze Zeit eure Insel, welche ihr wiederum fest einladen könnt. Den ersten Besucher müsst ihr aufnehmen, die folgenden sind freiwillig. Je nach Bewohner könnt ihr das sogar machen, wenn all eure Grundstücke belegt sind. Dafür müsst ihr die Spiele der Camper gewinnen, ihr könnt so lange probieren, bis es klappt. Anschließend schlägt euch das Service Center dann einen Bewohner vor, der stattdessen ausziehen soll. Wichtig ist hierbei, dass ihr diese Chance nur einmal habt. Ihr könnt keinen anderen Bewohner zum Ausziehen wählen, als den vorgeschlagenen. Überlegt euch eure Entscheidung daher gut. Wenn der Campingplatz gebaut ist und der erste Bewohner bei euch eingezogen ist, könnt ihr über das Nook-Portal zusätzlich Amiibos zu euch einladen. Dabei funktionieren nur Amiibo-Karten der Animal Crossing Serie und auch davon nicht alle. Der eingeladene Bewohner zieht dann direkt auf euren Campingplatz, ihr könnt ihn allerdings nicht so leicht einladen wie andere Camper. Sprecht ihr die eingeladenen Bewohner mehrmals an, werden die Camper euch darum bitten, ein Souvenir anzufertigen. Für dieses schenken sie euch eine Bastelanleitung. Habt ihr dies getan, schlagen sie vor, auf eure Insel zu ziehen, lehnen den Vorschlag dann aber ab. Ladet ihr die Amiibos an zwei weiteren Tagen auf den Campingplatz ein und folgt weiterhin deren Anleitungen, so ziehen sie beim dritten Mal garantiert auf die Insel. Sollte kein Grundstück frei sein, ist dies die beste Methode einen beliebigen Bewohner wegziehen zu lassen. Diesen könnt ihr dann, wenn es soweit ist, aussuchen. Steht ein Grundstück allerdings länger als einen Tag leer, so zieht ein zufälliger Bewohner ein, über den ihr nicht entscheiden könnt. Habt ihr also ein freies Grundstück, solltet ihr unbedingt schnell Meileninsel besuchen, um einen Einfluss auf euren Bewohner zu haben. Falls ihr andere Inseln besucht, ist dieser Bewohner allerdings nicht ganz zufällig. Er wird oftmals ein ehemaliger Bewohner von den Inseln euer Freunde sein, der danach unmittelbar zu euch zieht. Sprecht ihr längere Zeit nicht mit einem Bewohner, so kommt dieser irgendwann ins Grübeln, das erkennt ihr an der Wolke über seinem Kopf. Sprecht ihr diesen Nachbarn nun an, so wird er euch wahrscheinlich erzählen, dass ihr überlegt wegzuziehen. Das könnt ihr nun erlauben oder ihn davon abhalten. Lasst ihr ihn wegziehen, so packt er am nächsten Tag seine Sachen und sitzt auf Koffern. Im Gegensatz zu anderen Spielen der Serie ziehen die Bewohner in New Horizons nie ohne eure Erlaubnis weg. Auf diese Weise ergibt sich auch ein neuer Weg Bewohner zu bekommen. Habt ihr nämlich einen Freund, bei dem ein Bewohner wegzieht, so könnt ihr diesen ansprechen, während er am Tag nach der Ankündigung auf Koffern sitzt, um ihn dann auf eure Insel einzuladen. Voraussetzung dabei ist, dass ihr ein freies Grundstück habt. Nun kennt ihr alle Wege, um an euren Wunschbewohner zu kommen. Doch wie bekommt ihr nun Bewohner zum Ausziehen, die ihr nicht leiden könnt? Zunächst möchten wir ein paar Gerüchte aus dem Weg schaffen. Es bringt weder was, die Bewohner mit Cash anzuschlagen, noch euch bei Melinda über sie zu beschweren. Bei ihr könnt ihr nämlich lediglich die Sprechweise und den Kleidungsstil der einzelnen Bewohner zurücksetzen. Auch das Schenken von Müll und das Herumschubsen ist sinnlos. Nichts davon wird sie zum Wegziehen bewegen. Stattdessen hilft pure Ignoranz. Ihr müsst euch so verhalten, als gäbe es diesen einen Bewohner nicht. Auch wenn es sich böse anhört, müsst ihr ihm einfach die kalte Schulter zeigen. Sprecht regelmäßig mit allen anderen Bewohnern, aber sprecht ihn auf keinen Fall an. Solltet ihr es doch getan haben, so helfen auch wieder ein paar Schläge mit dem Kescher, um wenigstens euren Frust loszuwerden. So ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ihr als nächstes wegziehen will. Das kann allerdings eine ganze Weile dauern. Ohne die Zeit umzustellen, gibt es ohne den Campingplatz keinen anderen Weg. Zieht ihr allerdings auch Zeitreisen in Betracht? So geht es oft schneller einfach immer ein paar Wochen in die Zukunft zu reisen, als alle Bewohner die ihr behalten wollt anzusprechen. So könnt ihr immer wieder gucken, wer gerade wegziehen will. Beachtet dabei allerdings, dass eure Insel dabei sehr verwahrlosen wird und auch Kakerlaken in euer Haus kommen werden. Eure Lieblingsbewohner werdet ihr dabei nicht verlieren, da sie euch zuerst nach eurer Meinung fragen würden. Wir hoffen wir konnten euch helfen und ihr habt bald eure perfekte Nachbarschaft beisammen. Wir haben nun auch einen Discord Server, in welchen ihr schreiben könnt, welche Bewohner bei euch gerade ausziehen und nach welchen ihr sucht. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Außerdem würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Wir wünschen frohes Einladen, Notfalls verscheuchen und wie immer ein schönes Inselleben.